Es gibt den ultimativen Test, MyProtein Clearware Isolat, Peach Tea Taste, schön vom Strand, so schön da reingelöst und jetzt wird man deftig geschenkt mit dem Guitair, so gelöst, ein bisschen, riecht nach Peach Eistee, schmeckt nach, Alter, schmeckt nach Pee, das schmeckt geil, ohne Steroiden, ohne Witze, schmeckt Hammer, Hammer, ich bin gerade echt begeistert, ich dachte, das ist bestimmt wieder so ein Marketingrotz, aber das Zeug, schmeckt echt geil, das kann man trinken, mega, Und das ist hier nach so einer 100km Radfahrt, nicht, dass ich mal eine Massimpralität verliere, muss ich das erstmal hier mit ne kleine Protein-Mahlzeit ballern, Hammer.